Der Deutsche Evangelische Kirchentag hat jetzt Station in Reutlingen gemacht. Mit einem Stand waren Mitglieder des Organisationsteams gestern auf dem Marktplatz vertreten, um dort über die Möglichkeiten zur Teilnahme zu informieren. Unter der Losung, damit wir klug werden, wollen vom 3. bis 7. Juni in Stuttgart mehr als 100.000 Menschen miteinander diskutieren, beten und ein Fest des Glaubens feiern. Das Programm umfasst rund 2000 Veranstaltungen.